Yo Leute, mein Name ist Mano Game Boss und jetzt mal mit meiner PS3 Collection. Das ist jetzt gerade mein erstes Video und ich sag nichts zu den Spielen, also nichts zu den Spielen. Es ist auch noch ein Neuzugang und da wir jetzt nicht mal so viel Zeit verlieren, fang ich jetzt direkt mal an. Es geht los mit meinem Neuzugang. Resident Evil Revelations Der Heer der Ringe, der Krieg im Norden Formel 1 2012 WWE Legends of WrestleMania NHL 10 Uncharted 1 Drake Schicksal LA Noah Fight Night Champion Enslaved Odyssey to the West FIFA Fußball Weltmeisterschaft Südafrika 2010 Score International Bayer 1000 World Championship of Road Racing Motorstorm Pacific Rift FIFA 12 habe ich leider nicht in der Originalhülle Die Sims 3 einfach tierisch Need for Speed Most Wanted Limited Edition MX vs ATV Alive Street Fighter 4 Uncharted 3 Drake Seception Death Jam Rap Star Need for Speed Hot Pursuit in the Limited Edition Mortal Kombat vs DC Universe GoldenEye Reloaded 907 Batman Arkham Asylum Uncharted 2 Red Dead Redemption Kung Fu Panda 2 Avatar das Spiel Heavenly Sword Summer Stars 2012 Infamous 2 GoldenEye Reloaded 907 Habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung Ah doch, sorry Leute, das war jetzt der falsche Stapel Da, da sind wir jetzt Nipfwan Speed Shift 2 Nipfwan Speed Shift 2 Nipfwan-Listatze muss ich jetzt schon was sagen Da, das hat mir der Thomas Gamer Also, geschenkt Also, nochmal danke an dich Bitte gib dir ein Abo Also, er heißt in YouTube Thomas Thomas Und bitte gib dir mal ein Abo Aber ich glaube nicht, dass ihr ihn findet, weil er noch keine Videos hat Oder weil er alle Videos gelöscht hat Dann, Brink Erinnert wegen der Grafik ein bisschen an Borderlands Der Comic Look Dann, FIFA Street 3 Ähm, Fight Night Round 4 Two Worlds 2 Mag Driver San Francisco Battlefield Bad Company 1 Tekken 6 Dead or Alive 5 Mass Effect 3 Smackdown vs. Raw 2009 Rayman Origins Assassin's Creed 3 Sports Champions 2 Devil May Cry Und zu guter Letzt Top Spin 4 So, Leute Das war's jetzt mit meiner ganzen PS3 Collection Es sind insgesamt 47 Spiele Aber es werden noch viel mehrere Spiele und auch Videos dazukommen Also, macht euch schon mal was gefasst Mano Game Boss sagt Servus Ciao Und bis zum nächsten Mal Lasst ein Abo da, bitte Ich möchte Mit Mögen о